So, wir kommen mal wieder zu Imi. Imi, ein Künstler, den ich definitiv am Samstag bei meiner HipHop.de Award Newcomer-Dingsda definitiv reintun werde. Der Typ ist für mich wirklich jemand, der gepusht werden muss und der für mich auch super talentiert ist. Produziert wieder von Crates. Oh, Mix ist von Neil und Alex und Master ist von Volker Gebhardt. Crazy, okay. Video ist Erblank Production. Okay, ich bin bereit. Der liefert Imi ab. Ja, der liefert immer ab. Imi ab. Immer ab. Ich glaube, du bist mein Pain-Killer. Endlich bin ich ich selbst wieder. Du hast nichts gemacht, außer da zu sein. Dein Herz ist hell, so wie Quarzgestein. Für dich brenne ich diese Welt nieder. Boah, Junge, wie clean diese Stimme ist, ne? Oh, man hört jedes Vibrato in der Stimme. Jedes Kratzen, Alter. Boah, Neil und Alex, Jungs. Habt ihr krass abgemischt, Mann. Bin grad draußen und löt mir in die Nacht. Oh! Ich bin tot schnell, wuffer Bigel abflacht. So ein Drecksbrunner hat grad Szene gemacht. Aber ich hatte echt kein Redebedarf. Hör mir zu, Babe, wage dem Million nach. Christian Bale, lag a Billionart. Brakes, aber mein Leben der Stadt. Äh? Sie will kein Geld, Bruder, sie ist in love. Ha, Mann, da glaub ich, steck's gerade mein. Seht das Glas. Das Wort aus meinem Mund bleibt bei mir. Leute, ist halt wirklich der, 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 jeder macht ja jetzt nur noch, nur noch vor on the floor. Digga, erst Sido, jetzt hier. Ja, das ist, Leute, lebt euch aus, tobt euch aus. Macht einfach. Wer ist das wirklich gut ohne Spaß? Das ist Immi. Immi ist ein unglaublicher Künstlermann. Also der Typ hat eine Reise hinter sich. Also der, ich hab da, ich hab immer das Gefühl, der, der, der spielt die Videos nicht, sondern der lebt die so richtig. So. Also ich find den super, den Typ, Mann. Ich wollte am Anfang sagen, ich hab voll die James-Bond-Vibes gehabt, Alter. Jetzt kommt hier einfach so eine Szene, die so ein bisschen Richtung James-Bond aussieht. Geil. Ich glaub, das ist auch das erste Mal, dass wir ihn auf so einem Beat hören, ne? Ich muss sagen, gefällt mir. Gute Energie. Er spielt gut irgendwie mit der, ich find der, der Beat ist halt nicht so Party, House oder sonst was, sondern halt eher so wieder so ein bisschen Deeper. Da find ich das eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Boah, die zweite Stimmlage noch dazu. Ah! Jetzt, jetzt! Boah, Junge, der hat so eine, so ein Gefühl in der Stimme, Mann. Ich bin ein Stranger in einer Schattenwelt, wo ne Asche fällt. Wo, wo Licht in mein Blick fällt, beißt zu, weil ich denk, mein Kind fällt scheiß. Auf die Kopf von ihren Pistes, meine Jungs liegen Feuer und das Gift brennt. Wir sind auf Sendung, mitten im Brenntum. Viertel ist Psi und Eis. Dieses Leben, meine Fälschung, so gehen wir mit Stress um, weil uns der Dieb umreizt. Mein ganzes Spaß in der Stimme. Ich frag mich echt, was irgendwie noch fehlt. So, dass der einfach wirklich mal nach, nach ganz oben kommt. So, was, was fehlt da? Ist er für Mainstream vielleicht immer noch ein bisschen zu rough? Hat er, naja, das kann halt heutzutage auch nicht mehr sein. Ja, wobei, mit der Musik, es ist halt eher schon poppig, sag ich mal. Also, in der Rap-Community ist er ja, würde ich sagen, so voll angekommen und auch voll akzeptiert und alles. So, aber wenn er dann, ne, Richtung Mainstream, ich weiß nicht. Ist er dafür noch ein bisschen zu rough? Zu viele Kanten? Kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie. Da fehlt ein Apache-Feature. Ja, da fehlt irgendwas noch, ne? Irgendwas fehlt damit bei dem halt einfach, ich wüsste auch gerade nicht was so tatsächlich, ne? Ich bin rausgift, ich bin weg von dir, aber ich brauch dich. Ich glaube, du bist mein Painkiller. Boah, die ist so hoch. Du hast nichts gemacht, außer da zu sein. Dein Herz ist safe, so wie Quarz gespeinnt. Für dich bin ich diese Welt wieder. Ich glaube, du bist mein Painkiller. Ey, das macht richtig Spaß. Also, eigentlich ist es ja gar... Ja, eigentlich ist es halt wieder ein süßer Song, ne? Du bist halt mein Painkiller. Jetzt bin ich halt ich selbst wieder. Ähm, ist ja eigentlich, ist ja eigentlich schon sehr deep. Ich feier das gerade. Ich finde das schön. So was, so was nachts auf der Autobahn. Boah. Ja, doch. Ja, doch, doch, doch. Du hast nichts gemacht, außer da zu sein. Herz ist safe und wie Quarz gespeinnt. Für dich brenne ich diese Welt wieder. Oh, jetzt raff, Alter. Raff, Vienna. Guck, du bist mein Painkiller. Das wär crazy da drauf, Alter. Das wär geil. Ey, Vienna. Du bist mein Painkiller. Schönes Ding, Mann. Schönes Ding. Ich hoffe, der kommt noch wirklich, wirklich noch, noch, noch höher. Noch höher, tatsächlich. Und k Wi-Fi. Bis zum nächsten Mal.